Wer sich für einen kürzeren oder längeren Aufenthalt in Schlad entscheidet, der sollte sich zuerst mal nach dem Haus mit der Schneck orientieren. Das Haus mit der Schneck wird von Gisela Brettschneider geführt. In ihrem Haus findet der Gast, der zum ersten Mal nach Schlad kommt, ein wunderschön modernes, ausgestattetes Appartement zum Wohlfühlen. Es ist aber nicht nur das Appartement, wo sich der Gast wohlfühlen darf, sondern auch die Integration in die Familie Brettschneider ist hier gewährleistet. Unter dem Thema Schmuck und Design bietet auch Julius Brettschneider seinen Beitrag. Den Aufenthalt der Gisela Brettschneider interessant gestalten. Auch im kosmetischen Bereich bietet Gisela Brettschneider alles, um den Gast verwöhnen zu können. Es macht Spaß, ein Aufenthalt im Appartement von Gisela Brettschneider.